Bildvermessung, Multitol Mithilfe des Multitols werden ausgehend von einem Koordinatenkreuz zwei Distanzmessungen gleichzeitig durchgeführt. Die erste Messung erfolgt in horizontaler Richtung, die zweite Messung erfolgt in vertikaler Richtung. Dazu ziehen Sie mit gedrückter linker Maustaste ein parallel verlaufendes zweites Koordinatenkreuz auf. Es werden zwei Koordinatenkreuze angezeigt. Das erste Kreuz besteht aus durchgezogenen Linien und dient als Basis für die Messung. Das zweite Kreuz besteht aus gestrichelten Linien. Es wird jeweils die Distanz zwischen der horizontalen bzw. vertikalen durchgezogenen Linie und der horizontalen bzw. vertikalen gestrichelten Linie angezeigt. Die gestrichelten Linien können per Dreckentrop verschoben werden. Dadurch wird der Abstand zwischen den Linien verkleinert bzw. vergrößert. Durch einen gehaltenen Klick auf die durchgezogenen Linien kann das Ergebnis als Ganzes um bis zu 360 Grad gedreht werden. Durch Anklicken des Kästchens im Schnittpunkt der durchgezogenen Linien kann das Ergebnis als Ganzes per Dreckentrop verschoben werden. Somit haben Sie die Möglichkeit das Multitool komplett auf das Bild anzupassen. www.sie-tech.de www.sie-tech.de